Ich bin Farmer Joe, amtierender Stadtmeister der GWP. Möchtest du auch mal Stadtmeister sein, kommt doch ins GWP-Tryout. Der Gewinner des Tryouts oder der, der sich am besten anstellt, hat die Möglichkeit, am 6. Mai bei der GWP-Show ein Teil zu sein. Also verpasst nicht eure Chance und kommt zum Training am 26.03. Euer Stadtmeister.